Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Der Miraculous Superschockentag. So etwas werde ich nicht verpassen. Ein ganzer Tag mit Hawk Moth und seinen akkumatisierten Schocken. Ist das nicht dein größter Wund? Dazu gibt's Ladybugs beste Abenteuer und eine brandneue Folge, in der irgendetwas an Hawk Moth anders ist. Es war das Warten wert. Der Miraculous Superschockentag am 27. März im Disney Channel.